ARD Text im Auftrag von Funk Mit nem Herdekopf, alles klar Was ist denn jetzt für ein Level? Einsetzen! Oh mein Gott, oh mein Gott Hab ich sie grad gecheckt, wo meine Drohne ist draufgegangen Ja, müssen wir oben mal gucken, dass da keiner wieder zu viel durchmeißt, ne? Ja, keine Ahnung, das hat zwei Sekunden, man muss halt die Außenkammer Bin ich gespawnt, Alter 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 Okay, ich lagge ein bisschen Aber auch ein bisschen kack bin Hm, alles zu oben Ist irgendwas dran da unten, Strom oder so? Ja, da kannst du so Incident durchwerfen Das ist scheiß egal, dann am Fenster Warte, 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 ich guck, ob's ne Active Band gibt Ja, der steht da, hinter Ja, warte, warte, warte Kann jetzt die Bahner ja egal sein Wurde abgefangen Ja, kacke Der Air-Toucher und dann Na, ab Eck der Free-Fans auch abgehört Dann hätten sie jetzt durchwerfen müssen Alter, wie lange das dauert, bis so geht Lol, was war denn innen falsch? Das ist natürlich richtig bitter Probier sonst mal Den Gegendruck von oben zu machen Wir haben so ein andern Loch Kein Raum, ist mehr da drin Ja Jo, macht wieder die Cails, ich guck zu Oben C4 wahrscheinlich, ja, C4 Nicht? Oh, lol, du bist genau reingelaufen Oh mein Gott Ja, aber warum? Ist, ist down, ist down, ist down, hab ihn Hast du ihn? Okay Zwei noch Ja, lol, die Ich... Sorry, ich hätte ihn früher haben müssen Ich war grad Ey, das war auch... Du ist der letzte? Hab ihn Ah, okay Tax Ich bin auch nur noch 150 von Diamond intern So Was nehmen wir denn? Trophy oder was? Ja, Trophy muss ich sagen Ja, auf jeden Fall Soll ich der Echo picken? Dann nimmst du so richtig Deckung Egal Hock dich auf den Kühlschrank drauf Stimmt Da... da predikte dich keine Sau Wette ich mit dir Außer die Hunger haben abends Und zum Kühlschrank gehen dann die Kinder Ja, gut Echo ist schon so dick, der hat schon alles gegessen Ich mach Lucan Den Bereich sichern Die Bomben weiterschützen Man will direkt hier unten verstärken, weil ich ja ein bisschen langsamer bin Äh, hat jemand eine Shotgun? Oh, mein Spiel hat sie ja aufganged No No, please not Na, ist der Rank, kannst ja nachschauen Fuck man, alter Kann mich ja jemand... Na, fuck Du bist weg Du bist weg Jo Achso, das Disconnect-Zeichen, kannst also neu kommen Alter, ich fass da aus, Alter Ich bin das drauf Mach ich mit der anderen Wand, hab ich den aber hier oben, random irgendwo hin? Wenigstens hab ich ein, äh, ADS gesetzt Alter Kühlschrank sag ich jetzt, ne? Kühlschrank sag ich jetzt, ne? Komm man da nochmal rauf Hörter besser hinbekommen Einer hat sich hingelegt, hab ihn getroffen zweimal, um unten durch die Cam-Luke zu schießen Wollt grad ein Maze machen, ne? Ja, Außen-Cams haben sie zerstört, immerhin Hier machen sie Alter, meine Cam ist ja richtig professionell Alter, meine Cam ist ja richtig professionell Alter, deine Black-Eye 2 auf dem Balkon ist einig Was ist oben? Drohne kommt durch die Spiu Hm Die professionellste Cam-Alabse Hab sie Also die gehen auf Master-Bedroom zum Teil Da muss ich mich gleich gleich verpissen Links von mir ist auch gegangen Links von dir ist auch gegangen Wie oder weh? Wie, wieder da? Ja Ja, ja, ja Draußen Hier schießt einer die ganze Zeit Oben ist einer im Badezimmer Ah, ist nur Thatcher, der kann die Lücke nicht öffnen Gute Cam sind echt vielfach nicht schlecht Alter, die sind richtig krass, ne? Sind alle ganz schön gut, alle drei Bin, ich bin grad richtig angegeilt von denen Äh, Fenster, Trophy, Blackbeard Nicht peeken Hast du dir mal angeguckt, ey? Wie denn? Ah, ich hab sie nicht Werde ich mal kurz hinlegen, Yokai Über mir ist einer Ja, den über euch, den hole ich mir jetzt mal Auf FIFA, hier kann schon einer sein auf unserer Höhe Ah, Mann Ja, genau Hier geht's auf Der Drecks Yokai Drohne, wer nicht richtig fliegen Na, ist das bei mir von auch gewesen Irgendwie für Bug manchmal, glaub ich, ne? Ja, Trophy, geht auf War ich Groni, ne? Hab nur, damit ich ein Loch sehe Ja, ja, hab's gemerkt Blackbeard steht direkt vor dem Trophy-Fenster Bug kommt auch gleich Sag, wenn die reingehen Ja, der Weg blüht weit durch Ist schon drin, Blackbeard Ja, ich fack Kommt die Treppe runter, FIFA Yo Ich hab nur 30 Schuss Dann wieder raus aktuell Dann noch wieder rein Nice Einer kommt auch noch aus dem Westen Ja, Westen ist der Westeingang Kommt nicht durch die Tür Loll Rubber Banning vielleicht Ach da Achso, Loll Okay Ja Der Asi da oben Ja, der Spot ist so krank Ja, ich darf wieder mitspielen Ja, geiz Ich hab unten verloren Ich, ich, ich rush von hinten rein Blackbeard bist zu spät gestunt Blackbeard hast du gekillt, oder? Ja, danach Der hat auch gar nichts mehr gecheckt Als er in den Flur reingerannt ist Der war ja völlig gestunt Der war nur gewackelt Alles gut Der war völlig Kürbis im Flur Vor allem sterben Ja, alles wackelt Hilfe Trink kein Alkohol Somm ist ja beim Prodig feilen immer gesagt I'm drunk Drunk Ihr müsst eure Drohne verwenden Um eine Bombe aufzuschließen Wenn die jetzt nicht unten sind Nicht Trophy Nicht Trophy Die sind oben Oben sind die irgendwo Äh, Masterbid würd ich sagen Oh, Mann, Alter Ja, oben Ja, ja Jammer ist unter der Treppe Fuck Mainstairs ist ne Treppe Ist ein Jammer ran Warte, wo sind die? Oben Drücken wir mal 7, ich kann was nicht mehr anschauen Obwohl, könnte auch noch Archiv sein, ne? Oder haben wir Archiv ab... Ne, ja, das ist nicht mehr Nein, 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 die sind da 100%, ich steh ja hier Wo wollen wir denn rein? Den, den anderen Raum, den kleinen Raum oder Masterbidroom? Hm... Also den kleinen Raum Ja Hast die getroffen? Ja War nicht so schwer zu sehen Da oben ist auf, lol, keiner, keiner sagt was Da oben ist die ganze Zeit auf Hab ihn Ja, ich hab grad nehmung mehr den gepunkt Als du weg warst Lol, da rechts ist einer draußen schon Der Rook Holy fuck, wie die offensiv, ey Ja, geht so Zwei Fenster halt, ne? Wo war der Rook? Der stand kurz draußen einfach Da, Fenster gerade links zu Ja, das Fenster, genau, Corny Ne, nicht das, wo du grad hingeguckt hast Hä? Holy fuck, ey Ah, der ist... Down Ich glaub, das war der Och man, jetzt hab ich den Ich glaub ich ihn da getroffen Active Defense Ja Noch zwei Gegner Loll Loll Ja, der letzte ist in dem Nebenraum Kleiner Nebenraum Da, wo du grad hoch gehst Links zu jetzt Der ist da irgendwo Wahrscheinlich eher rechts an der Wand Loll Harte kurz Ja, der ist im A-Raum drin gewesen Auf jeden Fall Halt Halt Rechte Ecke Oder hinter dem Schreibtisch Entschärfe ist online Und aktiviert Alter Faktor ist da Der ist auch mein Spot Alter, da läuft das Deiner P Deiner P Okay Der kommt wahrscheinlich hinten wo War-Office Null Null Alter Was für ein Flick, Alter Das war ein krasser Switch, ey Aber das war echt Nicht schlecht vornehmen Mhm Bei mir ist das Fenster noch Da gewesen Der war echt böse Der war aber auch Einfach nur Luck Sag ich mal Das war... Na, du musst ihn einfach nur treffen Der hat nur noch 1HP gehabt Gehen wir runter Noob, ey Weißt du, jetzt hat er 1HP Was machen wir denn überhaupt? Ja, wenigstens mal Will der Bandit Active spielen? Äh Ne, ich würd's lassen Also ich würd's lassen Mit der Active Bandit Weil wegen der... Achso, das ist ja jetzt eh Hibana, stimmt Das ist ja eh schwerer, ne? Ja, ich hau die Dinger einfach an Und fertig Der wurde einfach Deinstalliert, ey Das ist tatsächlich ja fast unmöglich Jetzt mit Bandit Active zu spielen, ne? Mit Hibana Ja Obwohl du kommst dann auch weg Das geht ja so langsam Ob das Zeug Aber... Ja, du kommst halt weg Aber... Es geht halt mehr darum Dass du die Dinger da dran machst Naja Dass du die Dinger wegbekommst Ich mach oben... Äh... Dropper in Lobby und Bar Ja, ich mach bei A was Ja, ich mach Garage einfach zu Boah, die kann ich nicht bekommen Echt jetzt? Oh, wird die schlecht Die schlecht Eine muss noch den Dropper in... Äh... Im Esszimmer machen Kann jemand diesen Wein-Dinger da machen? Im Osten? Hast du da zugemacht im Esszimmer? Achso Okay, hast du wieder aufge... Ja, das ist bei mir da Das brauch ich noch eine Ja Ja Böse wenn sie da durchrennen Ah Esszimmer ist down Ich danke Soll ich eben was aufmachen? Ich hab Pokebälle Pokebälle Vielleicht dazwischen Zwischen Ich mach hier nur einen Spur rum ran Na Mach mal auf Hier mal rechts Genau Okay Schau Schau Ja, das macht keinen Schaden Wir sind weiter weg Alter, ich hätte mir eine Herzöcke gegeben Ne Unten auch oder? Ja Ja, ja unten Hallo, ich mach dir zu machen Gut, ich leg mal jemand in die Ecke Zwischen A und B und Yokai Do your thing, bitch I love you Loll Was? Der Rushed Das ist der Kapitao Steht da am Gang Holy fuck Alter, ich kann mir ja nichts beides abdenken Ja, 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 ich hab die Stars Ich hab die Stars Ja Ja, der hat noch 30% gehabt Einen hab ich Das war der Kapitao Ja, die sind mal weg Oh, meine Drohne lag Können die Camps gehen durch ein bisschen? Camps durch, rattern? Ja, ich kanns versuchen Ja, also die Todes sind Ja, ich bin ja Achso, ja stimmt Ja, ich bin ja Okay, ja Ja, da ist keiner dran Leute, Conny, da bin ich schon mit meiner Kamera Der ist schon weiter gegangen Jetzt hat er beides Jetzt hat er deine Drohne Weder denn die gefunden meine Ich hab doch gar nichts gemacht Ja, da war auch meine Kamera Ja, aber Die sind zwei Meine Kamera leuchtet Die werden sich jetzt so einfach umgedreht Irgendwie fährt ne Drohne, kommt jetzt nach unten Hört man auch, die Drohnen Ja, ich hab sie ja nicht bewegt Ja, ich hab sie ja nicht bewegt Das sind irgendwie wenigstens volle Camps Oh, wir wollen hinzug flanken? Ja Ja Ich glaub wir sind Ich glaub wir sind zwei Also den Treppeneingang zu B kann ich einsehen Da kommt nichts Das war Glas Gut Der Fx leer Ja, hab einen Ich habe Nitro platziert Alles Boah leck Der andere ist auch hier Ja Der kriegt da grad rum Lass uns Lass uns defensiv spielen Naja Ich glaub der ist links noch Naja Der ist noch im Gang zu Als er zum großen Ding muss Naja genau Da ist schon ne Ja ist immer noch da Nice Ja Ah Schön War das schon jetzt runter? Ah ja ja Der ist sick Boah die ist echt übel Da hat er noch die Mine hingelegt Ja schön runter Aber der Rush-Typ da war ja krass ne